die jahre herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei EipfosnG.TV heute mit Sven der droben nimmt heute heute machen wir hat eine Fresse ich will es wieder so gemacht heute machen wir TNT vom Schlauch deine Fresse war nicht mehr zu reden ich hätte ich mir krass ich habe dich hat sich ja drungen genommen Ich habe ein neues Mikrofon, ich wollte es gerade sagen, ich habe trunken genommen, aber nein, habe ich nicht. Er hat trunken genommen, nur nach Promanik. Lass es jetzt mal aussehen, ich bin krank und habe ein neues Mikrofon. Wie du rumschreist, Alter, das geht nicht mehr. Das geht einfach so. Was läuft? Was von dir? Oh, nein, nein. Du Tumkopf, ich bin hier im Spinnnetz. Wo bist du? Ich bin dort im Spinnnetz gewissen, wo der Scheiß-Hentier gezündet hat, Mann. Oh, nein, jetzt fängt er wieder mit dem an. Verkehr! Nein, 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 nein! Zündet, zündet! Ich werde nichts. Ich habe mich selber angetroffen, Mann. Ah, du bist in dem PvP-Fighter. Nein. Oh, nein, nein! Oh, nein, nein! Oh, es wäre. Nein, 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 ich rede! Ich bin hier. Wirklich, ja, wirklich. Gell, du kannst eigentlich einen Krieg. Weißt du so, TNT was? TNT, wer gewinnt? Ich wäre sicher. Nein! Was ist das, die Moonshine, would you speak? Ja, er musste schon zu seiner Mutter gehen, weil ich ihn mal verprügelt hatte. Nein, ich weiß ja, das stimmt nicht. Ich habe kein Wasser mehr. Ich habe ein Wasser irgendwo weggesetzt. Ist aber eine Spinnennetzmehl. Nein, nein, nein. Ich hab noch kurz, dann kannst du auch im G machen, Mann. Nein! Nein, ich bin tot. Tschüss. Nein, diese Meck hat gar nicht mehr so schlecht. Ja, doch, ich bin schon direkt bei mir ein bisschen. Aber bei mir auch mega. Trotzdem, wenn sie mich nicht mehr legen... Mit einem Schuss. Nein, ich bin aus der Saison rausgegangen. Fail! Nein, ich bin aus der Saison, weißt du aus meinen Wald? Nein, das kann jetzt wohl nicht sein. Nein! Nein! Okay, dann machst du... Okay, ich bin wir dann. Hi! Oh, das sind gute Map, oder? Ja, ich wohne... Bob? Nein. William und das war Hehn, Baumeister! Ja! JEEEHUUU! Stirb mir einfach nicht! Oh, MLG! Wo ist mein Wasser? Da ist mein Wasser. Jetzt schau mal das hier an! Ich mach MLG Copwork! What?! Copwork! Ja! What the fuck? Ey! Du weißt, du weißt, ich schlage dich! Weißt du, der hat sehr viel geweint in letzter Zeit. Ah, deine Fresse! Du hast geweint! Beim Telefon, ich kann mich noch erinnern. Äh, ich schmerzt! Bei was?! Ich sag's lieber nicht, es ist so... Alter! Wenn das alle erfahren würden... Hatte deine Fresse? Hatte deine Fresse? Hatte deine Fresse, Alter! Boah! Ist gar nicht schlimm! Ich wollte das eh zum Dummkopf. Du hast so wieder... Nein! Nein! Ja, ich hab's wieder geschafft, Mann! MG Copwork ist alles so leicht! Nein! Ich hab... Nein! Ich hab falsch gesetzt! Nein! Los! Ich geh mal weg... 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 Ah, scheiße! Ich bin los! Ich geh mal weiter von dir! Das war mit seinen Sprachfehler! Das war mit seinen Sprachfehler! Oder mit dem hier! Ja, nein, nein! Jetzt denk ich nicht in die Beine! Komm, Mann! Und jetzt schau... Warte, warte, warte! Ich baue etwas und dann kommst du und schaust das an, okay? Äh, ich hab... Ich hab... Oh, du bist nur... Okay, ich brauchst etwas... Etwas sehr schön... Ist doch ja, ich... Ist nicht schön, aber... Hier ist glaube ich... Was der Willi hier wieder baut... Irgendwie so ne Scheiße, ich werde wieder... Es kann der höchsten 50 TNT den Blöck gleichzeitig... Ah, du hast da... Scheiße! So, jetzt schau zu! Der Penis fliegt in die Luft! Haha! Oh, okay! So, jetzt kannst du mal Action machen für den Waren! Warte, 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 warte! Warte, 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 warte! Warte, 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 ich... Ich seh die nicht! Ich muss zu dir kommen, ich... Okay, jetzt seh ich's! Seht euch das an! Wie du fliehst! Bist du gestorben? Ja, Mann! Ich hab das... Ich hab das... Co-Web-Dings nicht mehr geschafft! Boah, Mann ey! Heute ist auch ein super Tag für mich und für dich! Ja, für mich eigentlich auch, weil ich das neue Mikrofon habe! Es wär natürlich Geburtstag! Alles klar! Interessiert zwar keinen, aber... Ja, weil... Das wär niemand interessiert! Ich pass! Haha! Ich pass! Ja, aber wisst ihr, Bini war natürlich nicht sehr großzügig und haben ja... Haben ja versprochen... Wisst ihr, er hat einfach kein Geld mehr! Ja! Hat deine Frisse, Alter! Wisst ihr, äh... Du Arschloch! Ich hab voll Hunger! Ich hab irgendwie Lust auf Pizza! Warte! 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 Ich hab schon Lust auf! Ich hab schon Lust auf! Ich hab schon Lust auf! Ich auch! Ich hab MLG geschafft aus wie du was, aber... Mach mal einen Co-Web, MLG! Ist viel leichter! Ich hab's voll voll gekackt! Also, wirklich, wenn du keine Blöcke setzen kannst... Ja, aber... Äh... Ja, weißt du, äh... 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 So wie... Jemanden, den ich kenne... Wir haben denn jetzt was sagt im Unterricht... Also, das ist... Was? Wir müssen wichten, oder? Ja! Arschloch, Mann! Waaaah! 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 Oh mein, ich bin wieder rausge- Okay, ich bin wieder... Waaaah! Weil ich... Auch die neuen immer mit den Dier-Blöcken mach und dann... Weil, weißt du, du stirbst einer da einfach und dann, ja... Wirklich, der noch raus! Ich mach jetzt da... Ja, es ist wahr! Weißt du, ich brauch nicht zum Lügen wie du! Daaa! Testunterschreiben habe, weil du ne scheiß Note hatte! Was ist das denn? Na, Na ich hab schon ein Geheimnis drauf! Haha, was? das ist das ist ein wenig zu verzieren natürlich nicht okay ich bereite jetzt etwas mega geiles vor ich habe geschafft auch genau bist du schon was machst du hier bitte sind es nicht an das soll ein mega projekt werden siehst du das hier siehst du das beste machen kopf im lg was sie gegeben hat Leider, weil du Scheiße bist. Ja! Alles klar. Yo! Wer ist hier Scheiße? Du bist hier eine Scheiße! Ich sterbe, glaube ich. Ja! Nein! Ich habe es nicht geschafft! Lol, das ist einfach... Alter! Wirklich? Wir sind jetzt schon 20 Minuten an dem hier, oder? Uuuhlele! Nein, du bist nicht gezogen! Los! Oh! Oh, Scheiße! Okay. Ich habe voll Energie verkraft. Ey, man! Hier, ich bin bestimmt nicht hier blocken. Nein, nein, nein! Ey, Mann! Ey, Mann! Das finde ich echt tot ruhig! Slow ground it! Oh! F*** dich, ey! gefressen diese körper wie man aufnahmen da habe ich ihn so richtig hart kompott sind ja da hat er ist so richtig wie hast du bitte sieben herzen gehabt hallo ich bin da pro leute das war's das war's mit der heutigen video mit sich gefallen hat dann lasst doch die positiven und schreibt alles wenn es scheiße die kommentare und die habe jetzt nicht mal drei und tschüss